moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch eine taktik zeigen wie ihr easy auf highrun spielen könnt so wie ihr seht die zombies kommen nur von vorn und um euch zu hitten müssen sie erst hochklettern und ihr könnt die ganz easy töten leute ich würde euch auf jeden fall empfehlen in diesem spot in ein solo game zu gehen weil das ist viel einfacher und ich würde euch empfehlen eine wunderwaffe mitzunehmen oder eine raygun damit das ganze viel einfacher wird so wie das ganze nun klappt zeige ich euch jetzt damit das ganze funktioniert leute müsst ihr die tür hier links zur krankenstation geschlossen halten und ihr geht einfach rechts lang durch das waffenlabor so wenn ihr dann nun in der krankenstation seid dann geht ihr hier da wo ich jetzt nicht stehe klettert hier einfach drauf und wenn ihr das dann gemacht habt dann kommen die zombies nur von vorne also die kommen von vorne und die müssen erst hochklettern um euch hinten zu können wie ihr seht in den hunde runden leute ist das genauso die die hunde müssen erst hochklettern um euch zu schlagen und ihr könnt ihr dann easy töten so leute kommen wir nun zum megatron und zwar wird der megatron dann dort aus diesem fenster spawnen aber wenn ihr den feuerring aktiviert dann könnt ihr den auch easy töten so das war es dann mit dem video falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao bis zum nächsten video die Untertitelung des ZDF, 2020